Schere-Stein-Papier, Schere-Stein-Papier, Schere-Stein-Papier. Okay, nein, nein, warte. Du musst was anderes nehmen. Nimm du doch was anderes. Wir nehmen beide was anderes. Okay. Schere-Stein-Papier, Schere-Stein-Papier, Schere-Stein-Papier. Mann, so wird das nie was. Wir spielen schon seit 16 Stunden und es ist immer noch unentschieden. Aber was denkst du denn, dass die Antwort einfach in der Flasche aus dem Meer hergeschwommen kommt? Ja, irgendwie schon. Wow. Krabbenberger! Ja! Oh mein Gott. Sally? Wir haben sie gefunden. Was? Wir haben die geheime Formel für die Krabbenberger. Nicht euer Ernst. Und er kann nicht kochen, also brauchen wir dich. Ich mach die Buchteln später. Die Buchteln später. Okay, komm, lass uns alle zusammen suchen. Jetzt! Jetzt! Ah! Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Heute mit Jay und Aya. Ihr beiden, ihr habt mir die geheime Geheimformel von Spongebob Schwammkopf Krabbenberger gebracht. Das bestgehüteste Geheimnis der Unterwelt. Wasserwelt. Der Unterwasserwelt. Nicht der Unterwelt. Ja, Unterwelt. Okay. Und wir drei haben uns hier im YouTube Space in Berlin jetzt getroffen. Und zwar aus folgendem Grund. Wir hatten Hunger und sie kann gut kochen. Und die beiden kennen sich gut mit Filmen, Serien, Filme machen, mit allem aus. Deswegen haben wir gedacht, perfekter Match. Mit allem. Mit allem, natürlich. Mit allem. Außer kochen. Aber das lernen wir heute. Das lernen wir heute. Da hab ich Lust drauf. Und ich lerne ein bisschen mehr über Filme und Serien. Ja, das finde ich sehr gut. Das ist eine Symbiose. Ihr tut ja auch so ein bisschen Schauspielern, selber. So, wenn ihr eure Kurzfilme macht. Ja, schon. Schon eigentlich. Vielleicht kann ich auch was lernen. Ja, ich denke, wir kriegen das hin. Weil ich kann nicht Schauspieler. Vielleicht aber, wenn wir mal einen Koch in einem Film brauchen, dann tust du einfach so, als würdest du kochen. Ja. Und dann hast du geschaut. Oder sie kann auch wirklich kochen. Ich habe mir tatsächlich mal überlegt, eigentlich wäre es immer witzig, wenn ich eine böse Rolle hätte. Aber da gibt es eine Problematik. Ich habe mal einen Film geschaut und ich war echt der totale Mark Ruffalo Fan. Mega. Und in dem einen Film hat er seine Frau betrogen. Und seitdem hasse ich ihn. Also ich hasse ihn nicht, aber ich mag ihn halt nicht mehr so. Aber er kann noch nichts dafür. Ja, aber die Rolle war halt so. Aber kennt ihr das nicht? Ist das bei euch nicht so, wenn ihr dann einen Film schaut und dann denkt ihr so, hey, bis dahin war mir der Schauspieler sympathisch, aber ab da. Nee. Oder ist das so ein Frauending? Hm. Vielleicht war ich da zu emotional. Das ist ein Sally-Ding. Das ist ein Sally-Ding, ja. Aber was würdest du machen, wenn du Bösewicht wärst? Würdest du einfach zu viel Salz in mein Brot reinmachen? Ja. Scheiße. Oder dir den Kuchen vor der Nase wegessen. Oh. Das sind die schlimmsten Bösewichter. Das könnte ich nicht. Nein. Zum Glück. Okay. Kommt. Dann kochen wir. Du sagst, was wir tun und wir tun's. Darf ich reingucken? Gerne. Wow. Okay. Brötchen, Käse, Salat, Patty, Ketchup, Senf, Tomaten, Käse, Patty, Brötchen. Und genau in der Reihenfolge. In der Reihenfolge. Manchmal ist auch Quallengelee drauf. Mhm. Ja, das war die Special Edition. Hast du Quallengelee hier? Ich wollte das schon immer mal ausprobieren. Heute nein. Heute nein. Ich hab kein Quallengelee da. Heute nein. Okay, ich würd sagen, wir fangen mit dem Brötchen an. Mhm. Dafür brauchen wir, wir machen Hefeteig, also wir brauchen Hefe, etwas Zucker, Wasser, eigentlich Buttermilch. Ich nehm jetzt Milch, weil wir keine Buttermilch haben. Das geht auch gut. Mhm. Weiche Butter und Mehl. Das sind alles Zutaten nur fürs Brot? Ja. Wow. Du kannst natürlich auch Brötchen kaufen, aber selbstgemacht ist halt schon, ne? Selbstgemacht. Wir haben ein bisschen zu viel Zeit, also. Ja. Habt ihr schon mal sowas bedient? Ich hab's schon mal gesehen. Äh, ich war glaube ich dabei, als er es gesehen hat, ja. Okay. Wer ist Spongebob, wer ist Patrick? Ähm. Spongebob. Ja gut, dann bin ich scheinbar Spongebob. Guck mal, hier ist so ein Griff. Mhm. Dann machst du die so nach oben. Ach, das gab's bei Texas Chainsaw Massacre glaube ich, ne? Das ist glaube ich die falsche Kategorie von Haken, ja. Okay, machen wir jetzt einfach die Zutaten hier rein? Genau, guck mal, Wasser, Hefe, Zucker am besten zuerst. Das? Ja. Der gesamte Inhalt? Ja. Okay. Und dann? Ist alles abgewogen. Ist das dann? Ist ne gute Frage. Ja, ne, weil ich kenn mich halt nicht aus. Das werde ich noch oft genug heute sagen. Die zwei noch. Genau, Wasser kommt rein. Und woher weißt du, dass das Zucker und nicht Salz ist? Weil Zucker mehr glänzt. Oh mein Gott, das ist der Trick? Mhm. All die Jahre. Weißt du, wie oft ich schon Tee mit Salz getrunken habe? Ja, ich weiß, ja. Und in Chemie wurden wir damals in der siebten Klasse gefragt, wenn man Zucker und Salz vermischt, wie kriegt man es auseinander? Und ich war die Einzige, die die Antwort wusste, weil ich immer schon gekocht und gebacken habe. Und wie kriegt man es auseinander, wenn man es zusammen mischt? Also. Kommt. Kommt schon, Jungs. Du nötest bisschen Wasser auf. Ist beides wasserlöslich. Ja. Und dann hängst du Fäden ran mit unterschiedlicher Faserdichte. Nein. Und dann passiert gar nichts. Aber es hört sich da intelligent an. Nein, du gibst es einfach in die Pfanne und schmilzt es, denn Salz schmilzt nicht. Und Zucker karamellisiert. Aber dann hast du doch so Karamellzucker. Ja, das macht dann. Der Rest macht der Chemiker. Na gut. Na gut. Ja, du darfst jetzt rühren. Chemie? Ja. Rühren, Baby, rühren. Rühren, Baby, rühren. Rühren, Baby, rühren. Ja. Und das Burger Buns Rezept ist einfach mein Grundrezept. Da könnt ihr in der App mal nachschauen, denn ich glaube Spongebob benutzt das auch. Ne? Ganz bestimmt, ja. Auf jeden Fall. Jetzt sind wir wieder einen Schritt weiter. Okay. Aber ihr könnt ja schon mal Mehl dazu geben, Salz, Eier. Soll ich einfach den gesamten Inhalt rein? Und hier kannst du mal so eine Handvoll übrig lassen. Eine Handvoll? In der Schüssel lassen. Okay, nichts mit meiner Hand. Gut, alles klar. Ich wollte nur sicher gehen. Eine Handvoll übrig lassen, ja? Ja. Aber wir werden schon gleich kneten, rollen. Okay, ne, ne. Das ist ja in Ordnung. Wir haben sie gewaschen. Haben wir? Haben wir. Also ich habe schon, ja. Ihr auch? Ich habe gestern gedübt. Okay. Das zählt. Du, bei 200 Grad im Ofen ist es dann auch egal. Das ist immer mein Motto. Ich habe irgendwie Angst. Ich auch. So. Ich mache erst mal so. Mache ich das halbwegs in Ordnung? Ja, das war super. Was hast du viele Hände, Jay? Das ist nicht eine Handvoll übrig. Entschuldigung. Das war ein bisschen mehr. Okay, das sind so zehn Hände voll. Nimm mal. Ja. So. So, eine Handvoll in der Schüssel lassen. Eine Handvoll verschütten ist auch gut. Habe ich das verschüttet? Nein. Rucksack. Soll ich das mal hier reinkippen? Die ist nämlich ganz heiß. Na klar. Also nicht heiß, aber warm. Die Schüssel ist nur etwas heiß. Okay. Und dann hier noch Salz dazu, die Eier dazu. Ich sehe, der Hefe fühlt sich wohl. Ja. Das Hefe. Der Hefe. Die Hefe. Die Hefe. Oh mein Gott. Wir wollten gerade testen, ob Zuschauer zu Hause... Aufpassen. Ganz genau. Geht es jetzt los? Ja, es geht los. Die Butter kannst du auch reingießen. Mhm. Aber mach das schön geschmeidig. Ja. Oh nein. Das schaffst du. Wow. Sehr gut. Habt ihr schon mal Burger Buns... Nee, habt ihr nicht. Natürlich nicht. Warte mal. Warte, 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 warte. Habt ihr mal Burger selber belegt? Ja. Ja. Das sage ich schon. Warum sollten wir noch nie Burger Buns selber gemacht haben? Ja. Er hat gesagt, er kann nicht kochen und backen. Also schließe ich daraus. Aber du hast mich nicht gefragt. Hast du schon mal Burger Buns selber gemacht? Echt? Ja. Cool. Ein Mann. Sehr gut. Ja, sehr gut. Wie sieht er aus? Ähm, matschig und durchge... Ja, das war's. Ja, das war's eigentlich. Matschig. Wie lange lassen wir das laufen ungefähr? Also normalerweise mit der Hand knetet man den so fünf bis zehn Minuten. Mhm. Dass er wirklich schön geschmeidig wird. Wir machen jetzt... Ja, wenn's geht's. Wir machen jetzt so drei, vier Minuten, reicht auch. Mhm. Und jetzt nur so viel Mehl, dass praktisch ein schöner geschmeidiger Teig entsteht. Nicht zu weich, nicht zu fest. Und der löst sich dann, wenn er fertig ist, vom Schüsselrand. Ja. Also daran erkennst du dann, dass der fertig ist. Guck, man sieht schon, der löst sich schon ein bisschen. Und am Anfang gibt man immer meist zu viel Mehl dazu, dann wird er aber zu hart und zu fest. Aber wenn er lange genug knetet, dann klebt er auch so nicht mehr. Ohne zu viel Mehl. Was sind denn Film Basics, die ich auf jeden Fall... Also ich guck schon gerne Filme und Murat und ich, wir haben uns auch kennengelernt in der Videothek. Oh. Ja. War ganz romantisch. Und der Murat kennt sich mega gut mit Filmen aus, aber ich habe echt viele Filmlücken. Aber was sind so die Top 3 Filme oder 5? Also da würde ich auf jeden Fall sagen, Interstellar gehört mit zu meinen Lieblingsfilmen. Kennst du den Film? Das ist ein Film über, ja, so ein bisschen gleichzeitig Zeitreisen, aber auch Spacereisen. Das ist ein Film von Christopher Nolan. Und ja, der ist echt mega durchdacht und es ist cool, weil es halt irgendwo sehr abgespaced und Science Fiction ist, aber auch physikalisch sehr gut durchdacht ist und damit auch wirklich an die Realität irgendwo sehr nah dran ist. Ich bin auch mehr so an realitätsnahen Filmen. Also es ist, es ist, es ist eigentlich Science Fiction, aber es ist sehr realitätsnah, weil es sich wirklich an der Physik orientiert und nicht einfach nur irgendwas hier laser. Das ist mit Jessica Chastain und... Oh ja, Matthew McConaughey, Entschuldigung. Ich habe gerade vor... Ich habe gerade darüber nachgedacht, welchen Film ich vorstelle, weil ich hätte gerade gesagt Star Wars, aber Star Wars ist halt genau das Gegenteil. Das ist Piu Piu und Weltraumschlachten. Ich habe echt noch nie Star Wars gesehen. Nein? Also ich mag den Film. Als ich ganz klein war, ich glaube vier Jahre alt oder so, habe ich den das erste Mal gesehen. Aber vielleicht soll ich ihn mal anschauen. Ich wollte zum Beispiel nie Twilight gucken, weil ich nichts mit Vampiren anfangen kann. Also es war so, wir hatten den in der Videothek, alle sind gekommen, wir wollen Twilight, Twilight. Und ich konnte echt nichts mit Vampiren anfangen. Und irgendwann habe ich mich überreden lassen und habe gesagt, komm ich gucke ihn an und jetzt... Ich habe alle durchgeguckt. Ach so. Und jetzt habe ich mir sogar die Bücher bestellt. Du hast dir jetzt sogar die Bücher bestellt? Weil ich die Geschichte halt mega cool finde. Also bist du jetzt Vampir-Fan? Vampir-Fan nicht, aber Twilight-Fan. Ja. Gut. Aber ich bin Team Werwolf und nicht Team... Team Jacob? Ja. Selbstverständlich. Weil wir einen Jacob bei uns im Team haben, das ist der Siamak. Ah. Ja, der sieht aus wie Jacob. Jacob im Team? Okay. Mein Team Jacob. Hey, guck dir mal. Der sieht doch gut aus. Wow. Sieht... Guck, der ist noch weich, aber er klebt nicht mehr. Ja. So. Und den lassen wir jetzt aufgehen. So eine halbe Stunde bis Stunde. Und in der Zeit können wir schon mal die Krabbenburger zubereiten. Und das wird jetzt eine Premiere, denn normalerweise mag ich keine Meeresfrüchte. Mhm. Also, ja, so... Schrimps oder Garnelen, das geht mal. Ganz frisch. Habe ich auch schon für das Buch gemacht. Aber eigentlich bin ich nicht so der Meeresfrüchte-Fan. Aber ich habe mir jetzt gedacht, komm, Krabbenburger, ne? Machen wir Krabben? Machen wir Krabben. Okay. Und ich habe aber auch noch Fleisch. Also wenn wir sagen, okay, Krabbenburger wird nichts, denn ich weiß auch nicht, wie es wird, dann machen wir halt ganz normale Burger. Ja. Weil man weiß auch nicht bei Spongebob, ne, was wirklich drin ist. Man weiß wirklich nicht, was drin ist. Man behauptet ja so Seepferdchenfleisch, aber das ist schon ein bisschen... Das ist für einen Film. Ja. Für die Serie. Ja. Aber der Inhaber von dem Restaurant, wo es Krabbenburger gibt, ist auch eine Krabbe. Das wäre so ein bisschen... Das wäre schon ein bisschen... Moment mal! Ich glaube... Stimmt. Aber... Aber... Seine Tochter ist auch ein Wal, von daher... Ja. Stimmt. Da ist sowieso alles ein bisschen... Da ist... Das ist halt echt Multikulti, oder? Ja, das ist Multikulti. Das schon, ich meine... Wenn der Hauptdarsteller ein Schwamm ist und sein bester Freund... Die sind viel weiter als wir. Ein Seestern. Ja, Tatsache. Gut. Der Teig sieht echt gut aus. Ja, der sieht wirklich gut aus. Ich habe das Verlangen die ganze Zeit so einmal kurz, aber... Ja, mach doch, komm. Nee, ist... Aber du kannst mal... Hast du dich schon mal in den Teig reingelegt? So eine Badewanne voller Teig gemacht, wo man einfach... So, nee. Nee, ich... Nein. Das wäre das perfekte Bett. Das wäre das perfekte Bett. Aber du kannst mal gucken, so ist die Konsistenz gut. Ähm... Ach, das ist in Ordnung. Nee. Hast du Angst, dass dich der Teig angreift? Nein, das nicht, aber... Ich möchte ihn einfach erstmal wohnen lassen. Und im Türkischen, wenn man da so Rezepte nachliest, die haben einfach keine Waage. Das ist so ein Becher davon, ein Becher hiervon und dann sagen sie zum Schluss und der Teig muss so weich sein wie das Ohrläppchen. Da denke ich immer so, steht man dann so da? Ja. Gibt es so ein universelles Ohrläppchen? Oder... Ja, nee. Ich glaube, je nach... So mit dem Alter wird der Teig weicher. Ja, verstehe. Das ist der... Ich glaube, das ist einfach der Durchschnitt der türkischen Ohrläppchen. Ja. Ist einfach der Maßstab. Okay. Ist halt echt so. Da kann man sich dann vorstellen, wie weich der Teig ist. Und was ist die Wartezeit? So ein Tee, zwei Tee oder... Wir warten jetzt einfach vier Tee ab. Vier Tee, ja. Aber wir überbrücken ja die Zwischenzeit mit unseren Krabben. Okay. Okay. Das hört sich gut an. Yeah. Für die Krabbenburger nehmen wir 500 Gramm Cocktailgarnelen. Aber Moment mal, das sind doch Krabbenburger und nicht Garnelenburger, oder? Ich glaube... Also das Ding ist, ich habe es tatsächlich gegoogelt und hier steht, Krabben sind Garnelen. Der umgangssprachliche Ausdruck Krabben bezeichnet meist die Nordseekrabben oder biologisch richtiger die Nordseegarnelen. Das heißt, Krabben und Garnelen werden im allgemeinen Sprachgebrauch unterschieden, sind aber dasselbe. Sehr gut. Danke, Dr. Samuel. Kein Problem. Hätte ich aber auch nicht gewusst, wenn ich nicht gegoogelt hätte. Und die sind übrigens tiefgefroren. Also die Garnelen sind geschält, entdarmt, gekocht und tiefgefroren. Die sind sogar schon gekocht? Ja. Deswegen müssen wir nicht die Burger komplett durchbraten. Also die sind schon gekocht. Und man kann sie so direkt benutzen. Aus dem Tee-Card, das gibt es eigentlich in jedem Supermarkt. Ja. Also für die Krabben-Burger brauchen wir 500 Gramm Cocktailgarnelen, eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe, wir haben hier 100 Gramm Mehl auf zwei Schälchen, weil es nicht in eins gepasst hat, Salz, Pfeffer, zwei Eier und etwas Thymian. Und? Moskatnuss? Kein Moskatnuss? Habe ich nicht dabei, aber hätte man auch nehmen können. Kennst du Louis Depuny? Nein. Wenn ihr mit Filminisidern kommt, kann ich gar nicht. Ich kenne weder Schauspieler noch. Wir blenden das vielleicht einfach. Ich kenne nur Bradley Cooper und das war's. Mehr muss man auch gar nicht kennen. Ja, ne? Mark Ruffalo war Vergangenheit, Bradley Cooper ist jetzt. Lieblingsschauspielerin? Lieblingsschauspielerin? Jessica. Nee, gar nicht Jessica. Jessica Biel ist gut. Aber ich wollte sagen... Jennifer Lawrence. Genau. Jennifer Lawrence. Was spielt sie? Sie spielt zum Beispiel in Tribute von Panem. Katniss Emmett. Genau. Hast du auch noch nicht gesehen? Okay. Das Ding ist, ich kann mir vorstellen, was dir gefällt, weil du auch Twilight ganz gut fandst. Ja, also was finde ich noch gut? Was findest du noch gut? Unseren Channel auf jeden Fall. Ja, natürlich. Nee, ich... Mehr brauchst du auch eigentlich nicht. Bradley Cooper und unseren Channel. Das ist alles, was du brauchst. Also Mädels, mehr braucht ihr nicht. Ja. Habt ihr A Star Is Born gesehen? Nee, tatsächlich nicht. Nee, ich habe ihn nicht gesehen. Können wir nicht hier im Kino hier drüben dann so... Läuft er noch? Nee, aber wir können es auch bestimmt online streamen. Können wir hier nicht im Kino online streamen? Also legal. Also legal. So funktionieren Kinos nicht. Das weißt du, oder? Ja, aber im YouTube Kino geht das bestimmt. Ach so, hier. Hier. Die haben ja ein Kino drin. Ja, hier ist doch ein YouTube Space Kino. Dann können wir uns selber Popcorn machen. Ähm, ich wollte eigentlich, dass ihr das macht. Ja. Magst du die Zwiebelschäl? Äh, ja mag ich. Ich gebe dir aber das kleinere Messer. Okay. Damit ich mich nicht verletze. Ja. Müssen wir die würfeln? Kann ich das machen? Genau, die würfeln wir. Soll ich das denn hier drauf machen? Ähm, ich überlege gerade, warte mal, ich hole eine Schüssel. Hier machen wir mal den Müll rein. Ist eigentlich immer auch ganz gut, ne? Beim Kochen immer schön eine Müllschüssel zu haben. Mhm. Ähm, magst du das schon mal hacken? Einfach, ähm, fein. Ja. Und ich habe jetzt leider, eigentlich wäre es jetzt echt gut, einen Fleischwolf dabei zu haben. Denn der Fleischwolf zerkleinert einfach alles. Haben wir nicht. Ich probiere es jetzt einfach hier in dem Handmixer. Ich glaube, das geht. Die sind noch ein bisschen tiefgefroren. Ich glaube, ich muss hier kurz etwas, ähm, auftauchen. In der Mikrowelle. Okay. Aber das geht ganz schnell. Ach ja. Was? Ich bin nicht so gut im Schäden. Was soll ich das machen? Ich muss dann. Ich hab's bei euch alles. Ja, ja. Selbstverständlich. Ich hab's hier in Scheiben geschnitten. Soll ich's noch weiter zerhacken? Ja. Zerhackstücke in der Hackstückle. Zerhackstücke in der Hackzerhacker. Voll gut. Weißt du, dass das Zwiebelschälen und Schneiden der Anlass war, warum ich einen YouTube-Kanal habe? Wirklich? Ja. Weil im Studium, habe ich gemerkt, bei den Praxisseminaren. Mhm. Die Geschichte fängt gut an. Weil im Studium. Ja, die haben, viele haben nicht gewusst, wie man eine Zwiebel schält. Ja. Und es ist einfach so. Kann ich verstehen. Komm, ich nehme mal kurz deine, so als Beispiel. Aber du hast es richtig gemacht. Hier oben die Wurzel, hier, die lässt du dran. Mhm. Und das hier unten schneidest du weg, so wie du es jetzt gemacht hast. Ja, wusste ich. Und dann halbierst du sie. Und jetzt hast du hier oben den Part, der praktisch die Zwiebel zusammenhält. Mhm. Und kannst jetzt hier bis oben reinschneiden, aber nicht komplett durch. Dann bleibt sie schön zusammen und fällt nicht auseinander und es werden gleichmäßige Würfel. Aha. Dann kannst du sie drehen. Viele schneiden noch so, aber das brauchst du nicht, denn die Zwiebel hat ja Schichten. Stimmt. Deswegen spart man sich das. Und wenn du dann so machst, hast du viele feine Würfel. Uh. Mhm. Dann? Ja. Hätte ich auch... Da habe ich gemerkt, okay, nicht jeder kann schälen und schneiden und dann war so... Ich habe gedacht, die Tipps, die muss man weitergeben. Haben wir noch eine kleine... Du kannst auch das, aber so nicht. Oh Gott, schneide... Oh Gott, warte, warte, leg es hin. Oh nein. Leg es hin, nicht in den Finger schneiden. Ja, perfekt. Nein. Ganz genau. Zuhören und lernen, Leute. Nicht einfach... Einfach machen. Mit großen Messern immer vorsichtig schneiden. Und den Krallengriff. Ja. Den Krallen... Den Krallengriff. Ich glaube, die Zuschauer zu Hause, die sich viel mit Kochen beschäftigen und mit Sallys Kanal... Denken sich, was zu hellermachen, diese zwei Jungs? Denken einfach nur, warum sind die hier? Warum haben sie jetzt die Zwiebel und den Knoblauch? Weil sie spaßen. Und weil sie sich mit Filmen ausgehen. Kann ja nicht alles gut können, okay? Ja. Ich mag übrigens die Folge von Spongebob mit dem Gegenteiltag. Sollen wir Gegenteiltag machen? Bitte schneide die Zwiebel jetzt nicht. Oder wie war das? Das Problem ist... In kleine Stücke. Es ist dann das Problem, wann hört man auf? Ja. Im Gegenteil. Ich weiß dann nicht mehr, spielen wir schon? Spielen wir gerade nicht? Weißt du, wie ich meine? Also im Sinne von... Weißt du nicht, wie ich meine? Eben. Das wird zu... Eben nicht. Das ist so, ja. Das ist schwierig. Wo zieht man die Grenze? Oder wo zieht man sie nicht? Aber vielleicht, wenn man so ein Safe-Word hat, so Stopp und dann... Ah. Stimmt. Das Safe-Word. Ich glaube, hat irgendwer schon mal als Safe-Word Stopp genommen? Bestimmt. Dann brauchst du doch kein Safe-Word mehr. Okay. Also, wir probieren das jetzt. Das ist... Ja. Ich weiß, es ist kein Wettbewerb, aber wer von uns beiden hat es besser geschnitten? Ich finde beides super. Das war die politisch korrekte Antwort. Und wir haben jetzt echt keine Arbeit mehr mit den Garnelen. Mhm. Denn die sind ja schon geschält und entdarmt. Ja. Und genau das ist das, was wir wollen. Keine Ahnung. Ich probiere es jetzt mal mit einer kleinen Menge. Und dann zieht wir so. Und dann machst du zehn rechts, zehn links. Und danach brauchst du nicht mehr ins Fitnessstudio gehen. Guck dir mal. Hey, das ist echt cool. Ich bin begeistert. Klappt. Perfekt. Kann man auch im Wald einfach kochen. Ja, ohne Strom. Ohne Strom. Da freut sich der von gestern. Der von Grün. Den wir doch da getroffen haben. Mhm. Den hast du und du getroffen. Jay war da gar nicht. Ich war auch nicht dabei. Ich habe mir so mhm gesagt. Okay, guck mal. Dann machen wir es hier jetzt rein. Und den Rest dürft ihr machen. Okay. Das schafft ihr, oder? Kommt ganz darauf an, was der Rest ist. Also noch hier die Garnelen. Ah. Ach so. Ja, komm. Jeder von euch darf hier mal zerhacken. Okay, Jay. Das klappt echt wunderbar. Pack deine Motorsägen-Skills aus. Und ich rate euch immer zehn rechts, zehn links und dann ist so ausgeglichen. Man will ja nicht, dass der eine Bizeps größer wird als der andere. Genau. Ganz genau. Also. Passt. Das geht. Und andere Seite. Ja. Noch ein bisschen, oder? Machen wir noch ein bisschen. Guck mal, du kannst schon mal die Zwiebeln auch da dazu machen. Und die Knoblochzehen. Das ist dein Messer, ne? Ja. Das heißt auf Japanisch Sally. Ich mag diese japanischen Messer. Noch mehr, oder? Ja. Also wir müssen da jetzt echt so ein bisschen herumexperimentieren, denn ich habe das so noch nicht gemacht. Aber ich glaube. das Rumexperimentieren ist schon, dass wir dabei sind. Ja. Soll ich das noch ein bisschen? Ich kenne das sieht gut aus. Ja? Okay. Riecht auf jeden Fall Garnelisch. Magst du Garnel? Ähm. Ja, eigentlich schon. Also es ist jetzt nicht mein Leibgericht, aber ähm. Bei Burger würdest du das vielleicht nicht sagen. Ich glaube, im Burger drin ist es wahrscheinlich gut. Ja. Ich war mal bei ähm. Soll ich einfach alles erledigen? Ja. Kennst du den Film Forrest Gump? Ja. Okay. Die Pralinen. Äh, ja. Aber was vielleicht ein bisschen mehr passt, ist die Shrimps, die in dem Film vorkommen. Kannst du dich daran erinnern? Nein. Ich habe ihn echt, ich weiß nicht mehr wann ich den geguckt habe, aber es ist eh wie hier. Okay. Auf jeden Fall, ja, da sind, ähm, da trifft er auf jemanden, der sich viel mit Shrimps auskennt und am Ende macht er ein Restaurant seinen Namen auf. Und da habe ich tatsächlich schon mal gegessen. Echt? Ja. Bubblegum Shrimp heißt das. Oh, das habe ich aber gar schon gehört. Ja. Ist auch echt lecker. Also. Dann wäre das die nächste Rezeptidee. Mhm. Nächste Rezeptidee. Vielleicht habt ihr ja auch noch Rezeptideen. Also wir haben ja online, ne? Mhm. Ja, wir haben in der Story eine Abstimmung gemacht. Welches Filmessen sollen wir machen? Und deswegen, also von euch kamen die Vorschläge Spongebob und viele andere. Mhm. Und ich fand Spongebob, dachten wir so, das kennt jeder. Ja, das kennt viele. Ich glaube, ich muss doch mit rechts weitermachen. Ja. Das packe ich schon mal weg hier. Haben Sie keine Zeit zu kochen und ins Fitnessstudio zu gehen? Mit dem neuen Hunt Speed Wing Mixer 3000 schaffen Sie alles in einem. Sehen Sie gut aus und essen Sie lecker. Zugleich. Perfekt. Das sieht schön cremig aus. Ja. Genauso wie Garnelen nicht aussehen. Ich glaube, das wird noch. Ähm, magst du mir von der Freundin so einen Teigschaber? Kommst du da dran? Ja, ich habe nichts daneben gemacht. Ja. Was soll ich dir bringen? Einen Teigschaber? Einen Teigschaber. Ähm. Ja. Mit dem kannst du es ausschaben. Und ich würze schon mal mit Salz und Pfeffer. Guck mir, dann kannst du es ausschaben. Ich bin so fasziniert. Also ich koche auch recht viel, aber du hast für alles so irgendein Utensil. So alles professionell. Ich mache alles in der Küche mit einer Gabel und einem Löffel. Man kann das ja auch. Wenden. Schneiden. Wichtiger ist, dass du gute Zutaten hast. Werkzeug ist nicht so wichtig. Gute Zutaten sind wichtig. Sehr gut. Aber diese Werkzeuge helfen. Die helfen dir. Und man fühlt sich so ein bisschen besser, weißt du? Ich koche halt auch viel und backe viel und deswegen ist für mich schon Werkzeug wichtig. Ja, das stimmt. Sonst kommen wir ja nicht rum mit der Zeit. Okay. Zwiebeln sind drin, Knoblauch ist drin, Garnelen. Riecht aber gut. Salz, Pfeffer, Mehl machen wir jetzt noch dazu. Warum Mehl? Zum Binden. Zum Binden. Wow. Er kocht ab und zu. Ja, zum Binden. Die Eier auch zum Binden. Und die Schnürsenkel auch zum Binden. Ein bisschen Thymian, nicht so viel. Und jetzt? Darfst du gerne. Darfst du? So ein bisschen rühren. Also du kannst es auch kneten, aber ich finde so Schrimps kneten ist auch. Dann rühren lieber. Hast du eine Rührtechnik? Nö. Einen Achter rühren. Echt? Einen Achter? Das wird irgendwie seltsam, aber... Aber ist gut. Ja. Ich glaube, ich bleibe erstmal beim guten alten Kreis. Bleib mal beim Kreis. Ich glaube, wir brauchen noch etwas Mehl. Denn momentan ist noch ein bisschen zu matschig. Wir holen Mehl. Wir holen Mehl. Oh, ich glaube da hast du... Ein großes Zwiebelstück. Ein großes Stück Zwiebel. Echt? Oh, das nehmen wir raus. Das war auf jeden Fall nicht von mir. Jay macht das so, als hätte er noch nie in seinem Leben etwas anderes gemacht. Ja. Ich bin ja auch Schauspieler. Ich kann so tun, als ob ich weiß, wovon ich rede. Ich glaube, wir brauchen noch mehr Mehl. Wir brauchen mehr Mehl. Aber die Farbe ist gar nicht so schlecht, gell? Karottenweißkrautsalat. Ja. Du magst Garnelen, ne? Ich mag Garnelen, ja. Was würden wir dann jetzt im nächsten Schritt machen, Sully? Wir werden jetzt die Burger-Patties formen. Mhm. Und dann einfrieren. Und dann einfrieren? Ja, also das mache ich mit Fleisch-Burger-Patties immer so. Weil die sich dann besser grillen lassen. Und ich denke, bei denen ist es auch nicht schlecht, wenn wir das machen. Okay, cool. Ich gucke kurz, ob ich einen Eisportionärer dabei habe. Weil dann kann man das schön portionieren. Das ist eine gute Idee. Hi. Ich bin wieder da. Schau mal, wenn wir zurückspulen würden, würden wir sehen, dass das Jay war. Wir spulen aber nicht zurück. Okay, jede Wette, dass das Arya war. Nein, Jay, 100%. Okay, dann wette ich mit dir um 5 Euro. Machen wir 10. Okay, 10. Dann gucken wir mal nach. Ah, ihm ist es sogar noch selber aufgefallen. Warte, ich habe das Video doch geschnitten. Du hast mich verarscht. Also ich habe jetzt den Eisportionärer vergessen. Also das Spannendste irgendwie, finde ich, die ganze Zeit herauszufinden, was sie hier für... Zum Beispiel, was ist das? Ist es wiederverwendbares Backpapier? Ja. Das ist ja cool. Da muss man es nicht immer wegschmeißen. Ja, das ist aber wirklich cool. Ich hoffe, das klappt so. Dachtest du nicht? Ich meine es... Nein, so meine ich das nicht. Okay. Moment mal, was passiert jetzt? Backen wir die? Nee, aber wir frieren sie doch ein. Achso, und du hast keine Form? Ja. Deswegen, ich habe jetzt meine Eisportionäre nicht dabei. Aber so... Es ist aus wie ein Paddy. Es ist aus wie ein Paddy. Ja. Und... Hatten wir Salz... Nee, haben wir... Ja, sie hat ganz viel reingemacht. Ganz viel. Das ist gut. Magst du dich mal dran trauen? Ja. Und du kannst ja gleich so ein bisschen Mehl drüber streuen. Ja. Und ich mache so eine Kruste aus. Kann ich machen. Ah, wir haben ja noch. Ja. Bisschen was. Also wenn ich das jetzt als normales Rezeptvideo so gemacht hätte... Mhm. Ich glaube, das hätte ich auch vorher ausprobiert. Normalerweise mache ich alles im Video so zum ersten Mal. Schreibe die Zutaten hin. Meist passt das. Aber Meeresfrüchte, da bin ich... Ja, so ein bisschen... Ja, sieht doch gut aus, ne? Dann gucken wir jetzt so. So ein bisschen drüber. Wie ein bisschen Panade außenrum. So mit Flammenrand. Magst du das machen? Na klar. Ich mache auch einen. Kann ich hier den Salt Bay machen? Ja. Tierrisen. Habt ihr das? So. Mehl Bay? Ja. Hier noch ein bisschen, so. So. Das sieht gut aus. Vielleicht kannst du hier sogar ein bisschen Mehl drauf streuen, dann formen wir den direkter drauf. Ah, okay. Ich glaube, das ist ein guter Tipp. So. 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 So, der Monk in mir sagt, mach ihn kleiner. Ja. Achso, dann macht er erstmal. Voll cool. Guck mal, wenn du hier auch Mehl drauf machst. Achso. Ja, klar. So. So. Mal ein bisschen drauf. Sehr gut. Und so formen wir die jetzt weiter und dann kommen die erstmal in den Gefrierschrank. Monk. Unser Burger-Teig. Fertig. Ist the right. Ist soweit. Ich weiß. Ich bin ein Monk, deswegen wiege ich immer die Brötchen ab. Oh, okay. 80 Gramm. Monk hast du dann also geguckt, ja? Ja. Ich war voll Monk-Fan. Ja, ich auch. Guck mal, 85,5. Noch. Eines meiner Lieblingsserie. Nicht schlecht, ne? 81. 81. Guck mal, wer möchte wiegen? Na gut. Na gut. Dann macht's Aria. Also 80, 81 ist okay. 80, 81. Na? Das ist 80, 81. Ja. So, guck. Na, das ist zu viel. Okay. Also so, ein bisschen abwiegen. Ja, genau. Das ist auch okay. Und dann, ja, genau. Seid ihr doch keine Monks. Dann könnt ihr, guck mal, die Hände so ein bisschen fetten. Und ich zeig euch jetzt, wie wir daraus schöne Brötchen formen. Okay? Okay. Und zwar immer von außen nach innen. Ne? Das ist praktisch. Du passt so von außen, nimmst du nach innen. Und dann hast du nämlich hier eine glatte Oberfläche. Oh, okay. Nimmst es in die Hand und machst nur noch den da. Mhm. Ich weiß nicht, ob mir das zu viele Schritte sind. Aber ich werde es probieren. Okay, erstmal Hände einfetten, meintest du? Mhm. Haben wir hier Fett zum Einfetten? Mhm. 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 So. Mhm. So. Ich schnapp mir jetzt hier so ein. Du kannst es auch auf der Arbeitspläche machen, wenn du willst. Ach so. Hier ist so alles. Alles voll, ne? Ja. Guck mal Sally. Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Ich dachte, da kommt der Monk in mir raus. Ich habe die Serie immer mit meiner Mom gekauft. Ich habe Monk geliebt. Und wir haben alle Wiederholungen zehnmal angeschaut. Und ich war so, als ich das gesehen habe, wusste ich, ich bin normal. Denn wenn es noch einen Menschen gibt, der so ist, dann kann ich nur normal sein. Aber ging es nicht in der Serie darum, dass er nicht normal ist? Ja, aber ich fand es schon normal. Mhm. Naja, aber wenn noch weitere Menschen nicht normal sind, dann bist du normal. Also nach der Serie konnte ich begründen, warum ich meine Zuckerstreusel nach Farbe sortiere. Hast du das gemacht? Ja. Ja. Okay. Ich meine, wenn du Zuckerstreusel hast, dann musst du sie erst. Das stimmt. Machst du das auch mit Haribo's? Ich habe deutlich gesehen, dass man die auch in der einzelnen Farbe kaufen kann. Ja. Bei uns kann man im Supermarkt, ja, da kann man auch die, also ich bin ja so M&M's. Ja, ich auch. Ganz kurz, welche Farbe? Braun, weil die ist ohne künstliche Farbstoffe. Ne, 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 ne. Ich meine nicht welche M&M's Farbe, sondern welche Sorte. Bei? Es gibt ja mit Nüsse, mit Schoko und mit… Achso, die mit Erdnuss. Ich habe doch beide keine Ahnung vom Leben. Ja, okay. Nein, mit Erdnuss. Mit Erdnuss natürlich. Nein, die blauen. Welche sind die blauen? Die ohne? Mit diesem Knusperpuffer drin. Oh, das kenne ich aber nicht. Das kennst du nicht mal? Achso, ja okay, dann verstehe ich dein Fehlurteil. Aber wenn man mal so schaut, sind die M&M's gar nicht, also ich finde das sind noch so die beste Süßigkeit, die man essen kann, weil du hast praktisch viel Erdnuss, bisschen Schokolade und dann so ein bisschen Zuckerüberzug, also besser als so ein Gummibärchen. Das kann sein. So im Vergleich. Ja. Klappt's? Shari, ich glaube ich habe es nicht ganz so gut hinbekommen. Doch, das sieht gut aus und jetzt drehst du um. Okay. Ja. Achso, das war schon umgedreht. Warte, wenn man es umdreht, ist die gute Seite und die hatte schon umgedreht. Nein, das sieht gut aus, guck mal. Und jetzt, ich glaube dir fällt es einfacher, wenn du es auch hier auf der Arbeitsfläche machst. Achso, auch hier drauf? Ja. Okay. Warte, ich gebe dir mal den Teig hier raus. Dann haben wir mal die Schüssel hier weg. Ja, super. Ach, dann kriege ich die Spachtel, dann kriege ich direkt die richtige Masse. Und dann guck so und deine Finger tun von außen praktisch so, du musst dir vorstellen, als würdest du die Oberfläche so nach unten schieben. Aha, ja. Spürst du das so? Mr. Krabs, ja. Okay. Ist nicht schlimm, wir haben genug Teig. Ja, ja. Ja, ja. Wenn ich ganz oft ja sage. Dann glaubt sie irgendwann, das ist gut. Doch, und jetzt? Dreh es um. Ja. Na gut. Wir legen ihn einfach zu den anderen und vielleicht fällt es ja nicht auf. Wenn nachher irgend so ein Burger einfach beim Reinbeißen alles auseinander fällt, dann. Wie kann das denn? Hier ist der Patrick Burger. Ach Mensch, Leute. Der sieht voll gut aus. Ehrlich, dafür, dass du das zum ersten Mal machst. Sally ist so nett immer. Das ist sehr ungewohnt. Aber danke. Ari hat mir direkt gesagt. Na, Ari hat mir halt gesagt. Na, er hätte mir einfach die Wahrheit gesagt. Deswegen sind wir bei Sally. Ja, hier ist immer alles in Ordnung. Und lecker. Aber was du machen kannst, Jacob. Ja. Du kannst dir da auf das Blech legen. Sicher? Du kannst zuschauen, während die Brötchen aufbauen. Guck hier. Drei mal vier. Okay. Passen drauf. Kriege ich hin. Wo greife ich die am besten? Okay. Am besten nimmst du eine Teigkarte, schäfst das heute runter, dann machst du sie nicht kaputt. Ja, das macht Sinn. Ne? So? Ja. Und dann kannst du die so schön rund, wie sie sind, so aufs Fläche gleiten lassen. Und dann nimmst du ein bisschen Mehl und zack, flachtrücken. Denn im Ofen gehen die sowieso wieder auf. Okay. Dann fällt es echt nicht mehr auf mit deinem Brötchen. Mhm. Wie gesagt, Sally ist sehr nett. Deswegen, ja. Oh, sorry. Alles gut. Guck mir ruhig welche rüber, weil ich roll sie. Was? Ich roll sie. Hier hin einfach? Mhm. Und ein bisschen Mehl drauf, war das richtig? So auf deine Hände. Wo kriege ich Mehl her? Im Mehlgeschäft. Okay. Gibt's das? Ein Mehlgeschäft? Ich weiß nicht, ob das richtig ist, was ich hier gemacht habe. Ich finde, wir könnten wirklich so eine krosse Krabbe, ne, das gibt's auch gar nicht, so einen Laden, wo es wirklich die krosse Krabbe Burger gibt. Ja, stimmt. Also zumindest nicht offiziell. Darf ich darauf aufmerksam machen, dass es gerade so ein bisschen so aussieht, als würdest du die Brötchen trösten? Ich? Na gut, machst du das. Achso, ich will es einfach nur nicht, ich soll die Arbeit kaputt machen. Siehst du, es fängt schon an. Oh nein. Soll ich sie dir vielleicht einfach aufs Blech legen? Magst du? Okay, das sind keine 80 Gramm. Das sind 70 oder so. Ach, 60. Siehst du, Ariel. Warte mal. Alle anderen waren 80, okay? Das ist ein Produktionsfehler, das kam irgendwie dazu. Magst du, wenn wir das andere Blech noch geben? Na klar. Ja. Dann lege ich sie dir drauf und du drückst sie flach. Das ist jetzt eine exakte 80. Yes. Sollen wir das filmen oder glauben das nicht? Ich glaube das, das ist echt gut. Da steht wirklich 80,0. Ja. Und es ist nicht gefakt. Warum sagst du das so ironisch? Es ist wirklich nicht gefakt. Jetzt denken die Leute, dass ich sie anliege. Na gut. Guck mal, ich weiß gar nicht mehr, welches deiner war. Mann. So langsam glaubt sie sich selber nicht. Ja. Ja. Vielleicht, wenn du den noch flach drückst? Ich weiß gar nicht. Guck mal, hier. Finde dein Brötchen. Okay, liebe Zuschauer. Das da? Keine Ahnung. Vielleicht das. Sehen alle so gut aus. Werden wir nicht herausfinden. Magst du mir mal dein Blech rüber geben? Ja, klar. So. Ja. So. Perfekt. Die Brötchen sind jetzt getröstet. Ja. Und wir machen das jetzt so. Normalerweise lasse ich die nochmal aufgehen, so eine halbe Stunde. Dann werden sie noch luftiger. Und schieb sie dann in den heißen Backofen. Wir bestreichen sie jetzt noch mit Eigelb und Wasser. Mhm. Damit sie glänzen. Ein bisschen Sesam drauf, ne? Hat Spongebob auch. Kommt daher so die leicht bräunliche Farbe um? Yes. Also nicht durch Zuckerrühren, den wir vergessen haben. Sondern durch Ei. Schau mal, anscheinend habe ich nicht genug gedrückt. Ich wollte es nicht sagen. Nicht genug gedrückt. Doch doch, das passt schon. Die sind nur wieder hoch. Und wir machen das jetzt so, wir werden jetzt etwas Zeit sparen. Wir bestreichen sie gleich, bestreuen sie mit Sesam. Dann kommen sie in den kalten Backofen. Wir heizen den Ofen vor. Also wir machen dann den Ofen an. Und während der Ofen aufheizt, gehen die Brötchen auch auf. Das ist so ein Spartipp. Und danach werden sie direkt mit Butter bestrichen. Damit sie noch so weich und fluffig bleiben. Also, hole ich ein Eigelb und Wasser. Und ihr dürft streichen. Das heißt, weil wir jetzt keinen Pinsel haben, machen wir hier so die Street-Formel. Ja. Einfach mit den Händen. Wir haben jetzt keinen Pinsel. Also machen wir es so. Wir gießen ein bisschen Ei rüber. Und dann verteilst du das so. Das hat meine Mama auch immer so gemacht. Wir machen das mit diesem Löffel hier. Machen das fein. Sorge welche. Und dann strechen wir. Du kannst auch auf den Löffel verzichten. Und einfach nur hier so. Das geht natürlich auch. Und du streust da Sesam drauf? Ja, klar, kann ich machen. Darf ich hier reinfassen? Ja, ja. Hat der Krabbenburger Sesam drauf? Ja, ne? Ja. Sesambrötchen, wenn immer erwähnt. Sesambrötchen. Ja, siehst du? Das darfst du machen. Wie viel Sesam? Soll ich? Wollt ihr dann Sesam machen? Ja, wir machen Sesam. Okay, wie viel Sesam darfst du entscheiden? Gut. Ihr habt die Krabbenformel gelesen. Ja, stimmt. Die geheimen. Ich dachte, wir improvisieren hier nur ein bisschen. Ja. Na gut, dann. Eine halbe Kralle. Ich weiß immer noch nicht. Welches Brötchen war dein Brötchen? Oh, dann macht das echt gut. So. Perfekt. Oh Mann. Okay, super. Dann. Es ist wirklich perfekt. Gut, wir müssen nur noch überlegen nach dem Backen, wie wir das mit der heißen Butter dann machen. Dann stecke ich mir meine Finger nicht in die heißen Butter. Aber die gießen wir dann einfach. Mach das. Ja. Wie haben wir vorhin gesagt, aufs Werkzeug kommt es nicht an, ne? Das stimmt. Genau. Nur auf die guten Zutaten. Und ich finde, das sieht jetzt so gut aus. Das kommt auch nicht auf den Koch an, sondern nur auf die guten Zutaten. Ja. Mr. Krabs wäre stolz auf uns. Ja. Mr. Krabs würde jetzt Lizenzgeld von uns verlangen. Ja, das stimmt. Ja, mit Sicherheit. Die sind jetzt auch viel zu teuer für Mr. Krabs, weil wir so lange brauchen. Egal. Die Brötchen kommen jetzt in den kalten Backofen. Wir machen dann den Backofen an und dann backen sie einfach etwas länger, als es auf dem Block steht, weil wir einfach die Aufheizzeit mit nutzen. Und dann werden sie hoffentlich wunderschön aufgehen. Und dann können wir schon da drüben die Shrimp Burger, die Carbon Burger anbraten. Sehr gut macht ihr das. Mir fällt gerade auf, dass wir auf alle Sesam gemacht haben. Aber machen wir nicht nur Sesam auf die oberen? Das ist doch... Der wird es gibt. In der Mitte schneidet. Gut, Leute. Mein Name ist Jay Samuels und kochen ist nicht meine Stärke. Oh Gott, das war so. Ich dachte, das hast du nicht ernst gemeint. Ich hab's vergessen. Aber du kannst ja das so machen. Zwei Brötchen, dazwischen kommt einfach ein Patty. Ah, Mann. Und die Mitte, fast Mitte. Mitte. Diese Mitte? Nein, die Mitte der drei. Ah, die Mitte da. Siehst du, es gibt mehrere Mitten. Deswegen ist Backen Geometrie. Ja? Ist so. Und Mathematik. Juhu. Und dann machen wir gleich noch das Gemüse fertig. Zwiebel. Mhm. Tomaten. Ja. Saure Gurken. Alles schneiden? Ja. Übrigens, so blöd wie die zwei sich anstellen, könnte es ein eigenes Format werden. Weißt du das? Ohne Spaß. Also eingestellt nur alle... Die sind voll motiviert auch noch. Weißt du, die sind ja schon schlimm hier dran. Dass die alles falsch machen und auch noch motiviert dabei sind. Das ist das, was wir gerne tun. Falsch und motiviert. Kannst du's? Nee, ich kann's auch nicht. Aber ich versuch's auch gar nicht. Verstehe. Ich will's auch gar nicht probieren. Ja. Sally hat mir gerade eine ziemlich rüfende Geschichte erzählt und ist dann einfach gegangen. Ich kann dir jetzt nicht nacherzählen, weil es ziemlich privat ist, aber... Und es hatte absolut nichts mit den Zwiebeln zu tun, die du gerade schneidest? Nein. Nein? Verstehe. Wo ging's in der Geschichte? Um Zwiebeln. Verstehe. Achso. Will ich da hin oder will ich hier hin? Nee, also... Sag doch einfach. Also schau mal, du... Es reicht, wenn du das hier abschneidest. Ja. Abmachst. Ja. Dann hast du's schon geschält. Ja, manchmal ist es halt einfacher, noch eine Schale mit abzumachen. Ja. Aber das ist halt auch verschwenden. Okay, gut. Nee, dann... Es geht aber schneller. Gut, dann... Du hast einfach zweimal gut dann gesagt. Ja, ich weiß... Ich weiß auch gar nicht, ähm... Das ist der Bein, ich gerade probiere. Du findest das einfach... Du lässt das einfach laufen und schaust dann, wohin dich die Zwiebel hinfühlen. Na, das Ding ist, Kochen ist halt auch nicht meine Stärke. Da gibt's keinen Plan. Da gibt's keinen Plan, da gibt's keine Rezepte. Das ist einfach Gefühl. Ja. Rezepte sind Gefühl. Und das ist alles auch Ansichtssache. Braten oder backen. Ich bin wieder da. Guck mal, die hab ich ganz alleine gemacht und die mach ich jetzt auch noch. Und, ähm... Hm? Warum habt ihr die gewürfelt? Haha! Wir sollten sie nicht würfeln. Hast du das gesagt? Du sagst, das schneidet die Zwiebeln. Nein, schäle die Zwiebeln. Ah! Hm. Denn wir wollen sie ja hobeln. Ah! Nein! Ich hab jetzt gerade gesagt, ich war das. Eigentlich war es Aria, aber ja, egal. Wir wollen so Scheiben machen. Also jetzt ohne Witz, das hab ich wirklich gerade gesagt. Ach egal. Also zum Belegen ist schon... Ja. Sind so Scheiben ganz praktisch. Sag mal, wenn wir zurückspulen würden, dann würden wir herausfinden, dass Jay lügt und ich die Wahrheit sage. Ich bin echt begeistert von diesem Küchengerät. Hm? Doch nicht mehr. Doch. Das ist nur der Ansatz hier. Ähm, ist aber nicht schlimm. Die heben wir uns auf für den Salat morgen. Also das Ding ist, ich mag gerne in meinen Sorgern so... Gewürfelt? Dann machen wir noch bei dir gewürfelte rein. Siehst du? Das ist eine Demokratie hier. Ich muss halt auch echt sagen, ich muss mal ganz kurz... Die Forme gucken. Haben wir die Form eigentlich jemals auf Kamera gezeigt? Haben wir die jemals gezeigt? Die geheime Geheimforme. Brötchen, Käse, Salat, Patty, Ketchup, Senf, Tomaten, Käse, Patty, Brötchen. Wo sind die Zwiebeln? Hast du die nicht draufgeschrieben? Ja, aber in seinem... Das ist halt von... Das haben wir online hier. Achso. Ich würde sagen, Tomaten und Zwiebeln. Und viel Liebe. Ich glaube, Liebe ist... Ich glaube, mit Liebe meinen die Zwiebeln. Weil Zwiebeln ist Liebe. Zwiebeln bringt dich zum Weins. Ist gefühlvoll. Dementsprechend Liebe. Also wir brauchen quasi die Tränen. Wir nehmen eine meiner Tränen. Schmeißen die weg und dann nehmen wir die Zwiebeln. Und Gewürzgurken sind auch nirgends geschrieben. Aber ich finde, Gewürzgurken gehören auch auf den Cheeseburger. Ja, ohne Burger kann man kein Gewürzgurken. Also kennst du nicht die Folge von Spongebob, jetzt ohne Witz, wo sich der eine beschwert, dass er die Gurken vergessen hat? Ja. Die Gürkchen war nicht. Deswegen, ich glaube einfach, dass die Formel... Die wurde vom Plankton gefälscht. Manipuliert. Wir ändern die jetzt einfach besser. Und Gurke. Und Zwiebeln. So. Super. Gut. Jetzt hast du es draufgeschrieben, aber nicht reingezogen. Ja, Vorbereitungen sind getroffen. Und wir schneiden noch die Zwiebeln. Und die Tomatenscheiben sind dünn. Die Zwiebeln machen wir noch dünner, ne? Man kann sogar die Dicke einstellen. Wow. Ich weiß gar nicht, was ich mit der ganzen neu dazugewonnenen Zeit anfangen kann. Ja, ne? Vielleicht. Ich könnte Schriftpferder werden. So. Und ein Buch über Zwiebeln schreiben. Und die Gürkchen, sollen wir die auch hier? Können wir gerne machen. Wo sind die denn? Aber die können ruhig... Dicker sein. Bisschen dicker sein. Jetzt sind meine Hände so fettig immer noch von vorhin. Oh, warte, ich war gerade Händewaschen. Ja. Jungs, das A und O in der Küche, was ist das? Jungs, die Müllschüssel. Ja. Müll entsorgen, aufräumen. Und dann entsteht nämlich kein Chaos in der Küche. Immer wieder putzen. Immer wieder putzen. Ja. Okay, wollen wir noch die Gurken hier rein? Ja, gerne. Die lassen wir ein bisschen dicker. So. So eine 4. Solide 4. So, oder? Ja. Gut. Dann würde ich sagen, braten wir. Ja. Wir warten noch 5 Minuten, weil die Brötchen noch kurz brauchen. Und dann haben wir alles frisch. Cool. Wow. Hahaha. Fettig. Also ihr könnt die Patties gerne auch. Backtranspray ist Rapsöl und Kokosfett. Oh. Hoch erhitzbar. Hoch erhitzbar. Super. Leicht zu dosieren. Und? Schön im Abgang der Duftmutter. Ja. So zu sagen. Hab ich mal gehört. Und dann, die könnt ihr auch in der Pfanne anbraten, aber wir nehmen jetzt eine Grillplatte, denn Spongebob hat auch eine Grillplatte unten. Genau. Ruf die mal an. Ja, willst du mal drangehen? Ja, hallo? Okay. Und was meinst du? Brötchen wollen Sesam auf der anderen Seite haben. Ah. Unsere Brötchen. Ich finde, man erkennt gar nicht mehr, welches deins war. Äh, das ist ja auch nicht das Blech, wenn meins drauf war. Hahaha. Gut gerettet. Guck mal, die sehen noch gut aus. Also wenn, ich sag euch jetzt einen Tipp. Wenn man sie aufgehen lässt, bevor man sie backt, dann werden sie gleichmäßiger. Und jetzt sind sie ein bisschen eingerissen, weil wir sie ja gleich mit Ei bestrichen haben. Ja. Und wenn du eben erst aufgehen lässt, dann bestreichst und dann backst, dann reißt es nicht. Okay. Danke Sally. Aber wir wollten ja jetzt hier schneller backen. Du musst, dass du roboterhaft gesagt hast. Danke Sally. Vielen Dank für diesen Tipp. Danke. Guck mal. Und da wir den Pinsel nicht finden, würde ich sagen... Ich glaube, es ist ein bisschen offensichtlich, welcher meiner ist. Nein. Ich habe schon immer eine Frage gehabt. Ist das, was du immer kochst, auch das, was ihr dann isst? Ja. Das heißt, wenn wir nur Torten backen an einem Tag, dann gibt es nur Torten. Ne, das essen wir dann tatsächlich. Ich habe auch echt Hunger, muss ich ganz echt sagen. Deswegen gibt es immer gleich eine Riesenportion fürs Team. Also, weil ich mag kochen, aber das einzige Problem dabei ist halt immer so die Zeit, dass man die mal findet. Aber der Beruf ist Kochen. Ja, deswegen kann es halt sein, dass die Mittagspause mal um 15 Uhr erst ist und weil halt dann das Essen erst weiter ist. Ja, ja. Da richten wir uns danach. Ja. Mir ist gerade eingefallen, wir bestreichen das jetzt doch mit Butter. Wir nehmen einfach einen Butterblock. Natürlich. Was ja nicht aussieht wie ein Blutchen. Der Fladen. Genau. So, ihr könnt einfach so, so ein bisschen Butter drauf. Wow, die Sesamkörner bleiben auch nicht drauf. Ja. Magst du das machen? Ja, gern. So ganz vorsichtig, nur so ein bisschen, dann kriegen sie ein bisschen Glanz, ein bisschen Geschmack. Mhm. Und hier drüben, die Herdplatte ist schon heiß. Sieht es aus wie Spongebob Spannenwender. Soll ich den jetzt so drauf flippen lassen? Mach das. Ich gehe lieber zwei Schritte in Sicherheit, wenn da ist gar nichts passiert. Ich dachte, da kommt jetzt ein Wee. Sollst du da nicht jetzt irgendwie was passieren? Eigentlich ja. Wegen dem Mehl, ne? Mhm. Alles klappt schon. Und ich meine, die Garnelen, die waren ja, also die Krabben, die sind ja schon durchgegart. Das heißt, jetzt hier schön anbraten von allen Seiten, bis das Ei und so weiter gar ist. Schau mal, was ich mich frage, ist so eine Grillplatte, ne? Mhm. Also ich finde die ziemlich cool, weil ich habe gerne auf dem Paddy diese Grillstreifen drauf. Aber hat es noch einen weiteren Sinn? Ist es einfach so, damit das nicht anklebt oder so? Die Hitze verteilt sich ganz gut. Mhm. Und meinst du jetzt die Rillen? Ja. Ja, nee. Du kannst auch eine glatte Platte nehmen. Nee, nee. Aber warum gibt es Rillen? Und dann kann eben der Saft abtropfen, das Fett abtropfen. Mhm. Okay. Mhm. Jetzt habe ich mir gerade überlegt. Aber ich glaube, es ist ganz logisch, ne? Irgendwie passiert noch nichts. Das Mehl klopfen wir ein bisschen ab. Bist du das nicht so bisschen? Brutzen. Ja. Das brutzelt bisschen. Mhm. 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 Wahrscheinlich auch, weil? Weil Mehl drin ist, weil das die Flüssigkeit bindet und dann eben nicht spritzt. Ja. Ganz genau das wollte ich sagen mit der exakt selben Wortwahl. Ja. Ja. Lassen wir auch. Boah, ich freue mich ein paar von den Bands mit nach Hause zu nehmen. Ja. Recht oft. Nee, also jetzt nicht recht oft, aber ich mache mehr oder weniger regelmäßig eigene Burger. Aber halt nicht die Brüchte. Die kannst du auch gut einfrieren. Abkühlen lassen. In eine Dose. Ziemlichwunsch. Einfrieren und dann einfach kurz wieder aufbacken. Cool. Nice. Kannst du den Futter auch machen? Ja, perfekt. Sieht das aus. Guck mal, jetzt nimmt sich jeder einen Teller und dann überlegen wir sie gleich, oder? Können wir machen. Achso. Wollen wir schon mal. Das brutzelt echt nicht. Das ist total... Die Große Grabe Pizza. Ist die Pizza für die schon mich. Ach, das ist ein Burger. Das darf man. Die Große Grabe Burger. Aber ist das in Französisch? Sind die Burger für die schon mich. Okay. Aber er singt das in der deutschen Version und singt er das, glaube ich, mit einer französischen Akzent, oder? Was? Ich war mit meiner Freundin in Hamburg, oder Hannover, ne Hamburg. Beides mit Haar. Ja. Und während sie die Treppe hochläuft, reißt ihre Hose. Oh nein. Und ihr wisst, was ich dann getan habe. Was hast du getan? Hast du den Song gesungen? Den Song gesungen? Achso. Ja. Wie ging der nochmal? Ich hätte es vorher vergessen. Ich dachte, ich hätte alle auf meiner Seite. Doch dann suchten die Menschen ganz schnell das Weite. Das Weite. Sogar meine Liebsten wenden sich von mir ab. Nur weil ich meine Hose zerrissen hab. Spongebob ist eigentlich voll die coole Serie gewesen. Ja. Übertrieben nicht. Willst du eigentlich so einen zweiten Burger, damit du oben und unten hast, oder? Einfach. Ich werde einfach so tun, als ob ich das jetzt nicht gehört habe. Und ja, natürlich nehme ich mir noch einen zweiten. Natürlich. Also. Wow. Rötchen, also fühlen sich echt fluffig an. Und die werden echt noch fluffiger, wenn man sie vorher noch aufgehen lässt einmal. Richtig. Ja. Guck mal hier, kannst du aufschneiden. Es kann aber auch sein, dass ich, als ich diese Folge angeguckt habe mit der großen Krabbelpizza, gerade viel Französisch gelernt habe. Du hast es da so hängen geblieben. Ja. Bitteschön. Jetzt ist der Moment. Ich hoffe, das wird hier was. Wenn nicht Essen wir halt nur die Brötchen. Nur die Brötchen. Immerhin haben wir beide Seiten. Es tut mir leid. Ich habe ganz kurz nicht überlegt. Aber sie bleiben schön zusammen. Ich bin super verwirrt. Weil, kennst du das, wenn du etwas erwartest und es trifft dann anders? Also so zum Beispiel, wenn du gerade Eisdee trinkst und denkst, das ist Cola und dann ist da keine Kohlensäure, dann bist du mega verwirrt. Ah, so ging es uns bei der Hochzeit. Du hast auch gedacht, es wird cool. Kannst du das kurz halten? Das kennt dich Selig, glaubst du mir. Ich dachte auch, ich habe hier so Traummann. Wir machen jetzt noch die Pfanne, dann haben wir schneller, ne? Dann haben wir schneller. Dann sind wir schneller. Warum hältst du das? Also kannst du gerne machen. Sie hat gesagt, hältst du das bitte? Ich höre auch Selig. Das ist eigentlich sogar ziemlich schlau. Siehst du, Murat? Er tut einfach, was ich sage. Wir reden spielen. So einfach. So einfach geht das. Du Schleimer. Er hält doch nur das Ding fest. Ja, ja. Ich weiß auch, woran es liegt. Denn wir dürfen nur zwei Herdplatten benutzen. Wegen Strom. Strom. Ja, also es liegt daran, muss ich euch sagen, da wir jetzt die Küche so ein bisschen improvisiert haben mit dem Küchenbau, ist halt so, wir haben nicht so viel Strom. Daher reicht der Strom jetzt nicht für beide Herdplatten. Deswegen, ja. Aber zu Hause klappt das wunderbar. Zu Hause klappt das wunderbar. Ja, schön kross, wie in der? Krossen Krabbe. Komm, leg sie her. Murat, ich fange an, dich zu verstehen. Okay. Ja. Also eigentlich wäre das echt ein bisschen schlau. Die ist manchmal, war schon ziemlich cool. Ja. Manchmal war es ziemlich cool. Ist schon so. Finde ich auch. Am Anfang kommt es ein bisschen verstörend drüber, aber wenn du mal so drin bist, dann merkst du richtig... So ein bisschen... Was war verstörend? Ja. Am dritten hier habe ich gesagt, okay, weiter. Und ich finde es halt krass, dass es immer noch aktuell ist. Ja. Ne, läuft immer noch. Ist auch die erfolgreichste Nickelodeon-Serie. Aber, ähm... Ja, manche Folgen waren... Manche Folgen waren verstörender als andere, glaube ich. Wir haben sogar mal ein Video darüber gemacht. Es gibt ein paar Momente bei Spongebob. Ich glaube, es sind nicht unbedingt die Folgen, sondern einfach immer wieder mal irgendwelche Details, die verstörend sind. Ja, ja, ja. Wie zum Beispiel manche Sachen, die Spongebob im TV anschaut, von denen ich jetzt nicht weiter reden möchte. Vor allem verstehen, glaube ich, Kinder nicht immer den Witz. Die Erwachsenen hören was ganz anderes raus als die Kinder und beide können darüber lachen. Das finde ich nice. Ich finde es cool. Kann man es auch zusammen anschauen? Ich war zum Beispiel nie so Simpsons-Typ. Ja. Ich übrigens auch nicht. Ich konnte damit echt nie was anfangen. Aber ich habe schon... Ich habe Donuts gebacken. Simpsons Donuts. Ah. Pluspunkt? Kriege ich einen davon? Ja. Dann kriegst du zwei Pluspunkte. Okay. Gut. Also wir sind soweit. Ich habe... Wir haben die Burger-Patties jetzt nochmal verkleinert. Mhm. Weil die schrumpfen halt nicht wie Fleisch. Ja. Sollte man bedenken. Okay. Geheime Geheimformel. Wir machen Senf. Mhm. Hast du? Das äh... Ist das die Reihenfolge? Ja? Also quasi das kommt nach ganz unten. Ähm... Warte. Ja, dann schauen wir mal kurz rein. Die super authentische, echte... Es gibt halt echt mehrere ähm... Interpretationen und manchmal hat das ein bisschen vertauscht, nicht verraten. Also hier steht Brötchen, Patty und Zwiebel, Käse, Gurken, Tomaten, Ketchup, Senf. Aber da kommt nochmal Patty, das lassen wir weg. Salat, Käse. Und da ist halt so ein doppelter Burger. Aber der ist auch gar nicht doppelt. Nö. Nee, eigentlich nicht. Was haben wir da bloß gefunden? Vielleicht hat auch einfach irgendwer irgendwas in der Schule so auf ein Stück Blatt draufgekissen. So, das steht drauf. Wir machen jetzt Senf. War nicht zuerst Patty? Ja. Senf, ja. Verstanden. Eigentlich ist ja immer Senf und Ketchup so zwischen Ding, zwischen Patty und... Na gut. Egal, komm, wir machen Patty. Das ist wie im Film, ne? Wie in der Serie, so tschuuu. Könnten wir eigentlich machen, so ich schmeiß hoch. Willst du einen Flip machen? Ja, komm. Warten wir nicht zu. Oh, 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 oh. I am the one, the one, the one. Tsch. Okay. Ich wusste, dass alles passiert. Man spielt nicht mit Essen. Ja, man spielt nicht mit Essen. Ja, Entschuldigung. Man macht das. Ping. Das ist auch ein Trick. Wie schaffst du es, den Pfannenwender zu wenden und der Patty landet wieder drauf? Genau. Das war elegant. Kommt nicht hier unten noch Zwiebel und Ketchup? Ja, eben, ne? Okay, das heißt... Komm, wir belegen es jetzt einfach, ne? Okay. Wir machen jetzt so... Aber Ketchup als Smiley. Ketchup als Smiley? Ja. Ich reiß erst mal rüber. Ich denke, wir sollten Ketchup... Ich wollte eigentlich meinen Ketchup mitnehmen, meinen selbstgemachten... Den hätte ich sehr gerne gegessen. Ja. Ich habe das paar Mal auf Instagram, glaube ich, gesehen, deinen selbstgemachten Ketchup. Kennt ihr das? Ja. Dieses Problem... Du musst einfach... So eine Gabel... Ich habe einen Galileo-Beitrag dazu gesehen, ich kann das. Echt? Kannst du so ein Messer... Ja, klar. Warte. Ist einfach nicht zu dickflüssig, würde ich mal sagen. Okay, Moment mal. Ich gehe einmal drum. Wir machen jetzt so ein Smiley. Ah, cool. Müssen wir dann nicht die Gürkchen auch mit dem Käse zudecken? Ja. Guck mal. Eigentlich schon. Also dann mache ich das so als nächstes. Warte, die Gürkchen haben doch die Smilies bekommen, glaube ich. Und dann wurden sie zugedeckt mit Käse. Ich mache jetzt Senf drauf. Dann haben die noch ein Gute-Nacht-Kuss von Spongebob erkannt. Aber willst du jetzt dein Essen küssen? Okay. Ne. Äh, was? Magst du einfach so Ketchup draufklecksen? Ne, ich will auch ein Gesicht. Ja, ne? Mann ey. Man kann einfach nur einen Zusammenschnitt machen von mir. Ich weiß, wer Patsch macht. Ja. Ja. Von allen Szenen, wo ich hier einfach... Wie funktioniert das? Mann ey. Okay, weißt du was, Arja? Ich glaube, die Flausche ist kaputt. Mach du erst mal. Okay. Oh, ich habe die Tomaten vergessen. Hier, Tomaten. Du hast sie immer noch vergessen. Und jetzt decke ich sie zu mit dem Cheddar-Käse. Danke. Okay. Gute Nacht. So, dann kommen die Björkchen drauf. Ja. Ach, du hast ja wirklich die gewürfelten Zwiebel genommen. Ja. Dann mag das. Und dann... Guck mal, ich habe einen Stempel gemacht. Jetzt habe ich hier ein Gesicht. Aber äh... Er sieht mir nicht ganz so glücklich aus irgendwie. Jetzt zieh die Spitzen so nach oben, dass er lacht. Damit er so einen Joker durchgemacht. Na gut. Okay. Mein Burger ist fertig. Tada. Können wir jetzt so... Keiner hat gesehen, dass die Gurke runtergefallen ist. Okay. Warte. Erstmal gehen jetzt die Gürkchen schlafen. Gute Nacht, Gürkchen. Oh, du bist wirklich Spongebob. So. Und dann nehmen wir ein bisschen Tomaten. Oh, Tannenbaum. Oh, Tannenbaum. Oh, Tannenbaum. Oh, Tannenbaum. Da du ja servierst. Dein Ketchup fährt hoffentlich nicht ab. Und dann tue ich noch das�. Ah fordmann. Das meinst du bloß. Ich hab nur diese Jacke in dieser Tote. Die ist so groß. Ja, zwei fertige Burger und ein paar Zutaten, die aufeinander sind. Ich bin auch gleich soweit. Oh mein Gott. Mein ganzes Leben lang bin ich mit Krosse Krabbe Burger aufgewachsen. Und jetzt? Jetzt essen wir ihn. Jetzt haben wir den hier. Warte mal. Warum? Nee, nee, du kannst es weiter. Jay nimmt immer mein Wartemord. Immer wortwörtlich. Immer wenn ich sage, Moment mal. Hört auf sich zu bewegen. Kann ja sein, dass irgendwas ist. Oh. Wir haben Salat vergessen. Ich nicht. Mein Burger ist nämlich noch nicht geschlossen. Das kommt zwischen Smiley 1 und Smiley 2. Kommt natürlich noch gesunder Salat. Gesunder Salat. Weil wir möchten ja alle lange leben. Und dann... Gern. 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 Also. Wir probieren jetzt die Krabbe Burger. Und 3, 2, 1 und... Schmeckt gut. Schmeckt echt gut. Hä? Ich habe nicht so richtig gewusst, dass es lecker schmeckt. Mh. 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 Me like it. Gar nicht fischig. Mh. Komischerweise... Komischerweise schmeckt das nicht so sehr nach Fisch. Ja, irgendwie so. Echt gut. Mh. Besonders mit gewürfelten Zwiebeln hast du ein echt schönes Erlebnis. Ich weiß nicht, wie das mit Ringzwiebeln aussieht, aber... Mh. Echt gut. Also für alle, die keinen fleischigen Burger wollen, aber auch keinen Veggie-Burger, ist so ein Krabben-Burger perfekt. Kann ich echt empfehlen. Nachdem ich einen selbst gemacht habe. Wisst ihr, was der Krabben-Burger in der Krossengrabbe kostet? Ähm. Ich glaube 1,99 Dollar oder so. Es variiert immer, ne? So zwischen Folge zu Folge. Mh. Kommt drauf an mit Fein-Jilli oder nicht? Ja. Kommt drauf an, wie gerade die Ernte ausfindet. Was die Krabben erntet. Perfekt. Also ich finde, der Krabben-Burger ist richtig gut geworden. Danke für eure Unterstützung. Mh. Voll gern. Das Rezept findet ihr wie immer in der App oder auf sellix-blog.de. Oder am See. Oder am See. Vielleicht schwimmt die Flaschenpost bei euch vorbei. Wir können das auch gerne dort machen. Voll cool, dass ihr dabei wart. Danke, dass wir hier sind. Ja, auf jeden Fall. Also danke. Echt cool. Vielleicht könnt ihr mir ein bisschen so Schauspielkünste beibringen. Dann lerne ich auch was von euch. Ja. Und wir kommen immer vorbei, wenn wir Hunger haben. Ihr kommt immer vorbei. Wenn ihr eine neue Rezeptidee habt, Filmidee. Vielleicht habt ihr noch Ideen, welches Filmessen wir noch nachmachen könnten. Dann schreibt es in die Kommentare. Und ähm. Voll cool. Schmeckt echt gut. Probiert es aus. Auch wenn ihr kein Fisch-Fan seid. Also ich esse schon Fisch, aber nicht so gern. Ist nicht so meine Leibspeise. Aber das schmeckt echt richtig gut. Probiert es gerne aus. Nö, da ist nichts. Tschüss. Nur ein bisschen. Macht auch nichts. Nicht mehr als sonst. Ja. Die kosten Karbenburger. Okay. Erst. Machen wir nochmal. Ready? Ja. Nochmal. Haben wir alles? Wir haben alles. Okay. Das wäre dann erledigt. Äh. Gucken wir hier noch rein? Ja, na klar. Woher wissen wir denn, was wir für das Zutat machen? Hahahaha. Voll der Filmfehler. Egal, ist auf meinem Kanal. Wir haben's dir ja gesagt. Ist auf meinem Kanal. Ist okay. Okay. Jede Wette, dass das Aria war. Nein, das wird scheinbar. 100 pro. Ich wett mit dir. 5 Euro? Ich dachte, du hast nur 10. 10 Euro. Ich dachte, du hast nur 10. 10 Euro. Okay, abgemacht. Jetzt musst du einen Schein hinnehmen. Okay. Okay. Nee, ist zu wenig. Mach mal 10. Okay. 10 Euro. Dann schauen wir mal nach. Ah. Scheiße. Okay. Jede Wette, dass das J- Äh. Nein. Okay. Glückwunsch, du hast gewonnen. Warte. Ich hab das Video doch geschnitten. Du hast mich verarscht. 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 Vielen Dank.